Hallo, heute zeige ich euch einmal einen Aerofizierer. Das ist ein Gerät, das hat wie so ein Nägel schaut das aus. Damit macht man kleine Löcher in den Boden, damit man danach einen Sand oder einen Dünger oder einen Bodenverbesserer besser in die Erde reinkriegt. Das gibt es nur ganz wenig als Handgerät, das haben wir unseren Leih- und Mitpacker. Das ist ganz einfach von der Anwendung, setzt man es an und dann schickt man es einfach über den Rasen. Dann hat man kleine Löcher drin, dann kann der Dünger oder der Sand besser in die Erde reingehen. Das könnt ihr bei uns auch ausleihen. Ganz einfach, wer bloß geschoben ist ein gummierter Griff, dass es angenehmer ist. Einfach drüber schirmen, danach Dünger, Sand, Bodenverbesserer verteilen, damit der Rasen wieder schön werden kann.